Weiß im Allland durchspielt und monatome Sieg, in Europa bekannt und Erfolge erzielt. Auch in dunkelster Zeit stellen wir dir immer bei, und am Fußballblock von 97.0. Und dieses Mal am Mikrofon ist Carsten Pilger nicht wie gewohnt vor der Kamera. Darüber rede ich gleich, denn erst einmal begrüße ich euch recht herzlich zu FCS-Blog die Woche. Und warum es nicht vor der Kamera ist, das hat so einen kleinen Grund, nicht dass es zu wenig zum Besprechen gäbe. Seit dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal spielt der 1. FC Saarbrücken wie entfesselt, hat 9 Punkte von möglichen 9 Punkten erreicht und ist meiner Meinung nach jetzt in einer ganz komfortablen Position in der Tabelle der 3. Liga, denn ich glaube der 1. FC Saarbrücken ist besonders stark, wenn er nicht der Gejagte ist, sondern der Jäger. Ein kleiner Gruß an die Quizfenster draußen von einer bekannten Fernsehsendung. Aber jedenfalls werden wir darüber in der Zukunft auch noch einmal reden. Nur in dieser Woche, das kann ich euch persönlich sagen, hatte ich keine Folge geplant, weil erst einmal letzte Woche das Q&A mit euch, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat aber auch Kräfte gekostet. Das war eine Folge, die war doppelt so lang wie normal. Und entsprechend ist da auch viel Vorbereitung, viel mit reingeflossen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch noch ein paar andere Projekte am Laufen. Auch eins, was mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun hat. Da werdet ihr wahrscheinlich bald was von erfahren. Und ja, ich habe auch noch so ein Arbeits- und Privatleben. Und das wollte ich in dieser Woche einfach mal ein wenig dem FCS vorziehen. Ihr wisst ja, wie das ist. Der FCS, der geht nie ganz weg. Und so ist es mir auch heute Morgen gegangen, als ich in den Kalender geschaut habe. Denn das heutige Datum, das kennen alle, die in Geschichte aufgepasst haben. Der 18. April 2024 ist der 121. Geburtstag unseres Vereins. Happy Birthday, 1. FC Saarbrücken. Und ich habe mir gedacht, naja, ich kann jetzt kein Sondertrikot zu diesem Anlass auf den Markt bringen. Aber was ich machen kann, ist eine kleine Podcast-Sonderausgabe. Und worüber reden wir heute? Ich habe mir gedacht, wenn es schon Geburtstag ist, dann reden wir mal über die Geschichte unseres Vereins. Und das mache ich anhand eines Buches, was ich mal 2016 veröffentlicht habe. 111 Gründe, den 1. FC Saarbrücken zu lieben. Erschienen im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Das kann man auch heute noch im Internet bestellen. Oder ihr geht einfach beim Buchhändler eures Vertrauens rein, fragt, ob es das Buch gibt, ob die es bestellen können. Hat damals 9,99 Euro gekostet. Kostet, glaube ich, heute immer noch so viel. Und wenn ihr es nicht zu Hause stehen habt und überlegt, ob ihr vielleicht mal reinschauen wollt. Ich habe mir gedacht, weil heute der Geburtstag unseres Vereins ist, lese ich einmal ein paar Gründe vor. In dem Buch sind nämlich wirklich 111 kurze Texte mit Anekdoten, mit Geschichten, mit Funfacts, mit nicht ganz so Funfacts, aber alles zu unserem Verein. Ich lese heute ein paar Texte vor, ein quasi Geburtstagshörbuch für unseren Verein. Los geht's. Und logisch ist es einfach nur, dass ich zum Geburtstag unseres Vereins auf den Geburtstag unseres Vereins schaue. Nämlich auf die Geschichte, wie unser Verein überhaupt erst entstanden ist. Dazu eine kleine Anekdote. Ich habe bei der Recherche für das Buch noch, damals lebte ich noch in Berlin und bin darauf gestoßen, dass damals noch der Enkel unseres Vereinsgründers lebte. Der ist leider vor einigen Jahren jetzt verstorben. Das habe ich auch leider erst später erfahren. Michael Wetzmann, der Enkel. Und der hat mir sehr viele Einblicke gegeben in diese Gründungszeit des 1. FC Saarbrücken, der damals auch noch FV Saarbrücken hieß, beziehungsweise einfach nur die Fußballabteilung des Turnvereins Malstadt war. Und jedenfalls hat der mir dann in seinem Schreberger hatten in Spandau Sachen gezeigt, Fotos vom alten, alten Ludwigspark, also noch dem Ludwigspark vor 1952 oder auch die Urkunde, die Ehrenurkunde seines Opas. Und dieser ganzen Geschichte habe ich damals ein Kapitel in meinem Buch gewidmet, wie der Verein gegründet wurde. Und das ist im Buch der Grund Nummer 11, weil dank der Wetzmanns der Ball in Malstadt rollte. Ein Blick zurück in das Jahr 1902. Hugo Wetzmann, geboren am 22. Februar 1886, war nicht nur Mitglied einer in ganz Mortsch bekannten und angesehenen Familie, sondern auch ein echter Vereinsmensch. Nach Schulende traf er sich häufig mit seinen Altersgenossen aus dem Viertel auf dem Jahnplatz nahe der St. Josefkirche, um gegen einen runden Ball zu treten. Was über 100 Jahre später die normalste Freizeitbeschäftigung von Schülern sein sollte, hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch große Sprengkraft. Der deutsche Nationalsport war das Turnen und gemäß Turnvater Friedrich Ludwig Jahn eine Abgrenzung zu anderen Nationen. Da Fußball den Weg aus England nach Kontinentaleuropa fand, blickten die Turner eher verächtlich auf die undeutsche Betätigung. Doch Wetzmann und seine Freunde blieben am Ball und ließen sich nicht vom schweren Stand des neuen Sports einschüchtern. Das diplomatische Geschick von Hugo Wetzmann führte zu einer ungewöhnlichen Allianz. Der Turnlehrer Poller, engagiert im Turnverein Mahlstadt, der sein Turnerheim am Jahnplatz hat, wollte aus den Straßenfußballern eine Abteilung des Vereins machen. Der engagierte Lehrer schaffte es, seine schützende Hand über seine Schüler zu halten, die sich mit Leidenschaft für das runde Leder engagierten. So gründete sich 1903 in der Gaststätte Tivoli die Fußballabteilung des TV Mahlstadt. Die Gründungsväter Fritz Kurz, Willi Dupré, Ernst Gettmann, Karl Jose, Gustav Pion, Heinrich Pion, Hugo Wetzmann, Heinrich Wagner, Willi Wilhelm. Zu ihrem ersten Obmann, wie zur damaligen Zeit der Vorsitzende einer Abteilung hieß, wählten die Fußballer einen erst 17-jährigen Schüler vom Ludwigsgymnasium, Hugo Wetzmann. Nun hatten die Meusterschüler ihren Platz im Verein, eine Organisationsstruktur, aber es fehlten noch ganz andere Dinge. Etwa der geregelte Spielbetrieb oder ordentliche Fußballtore oder etwa ein Verständnis, nach welchen Regeln der neue Sport überhaupt zu spielen sei. Nun trat Gustav Wetzmann auf den Plan. Der Vater von Hugo war damals ein im Viertel bekannter Unternehmer. Er unterstützte seinen Sohn bei der Fußballleidenschaft und besorgte der Fußballabteilung einen Trainer. Ein Hamburger namens Elas, genannt der Lange Elas, wurde verpflichtet, um den Saarbrückern das Laufen und Schießen beizubringen. Wie es üblich ist, erfolgte die Bezahlung nicht über den Verein, sondern er bekam eine Stelle im Maschinenbauunternehmen von Gustav Wetzmann. So wurde auch der Vater des ersten Obmanns, der Meustar, zum ersten Hauptsponsor des Vereins. 1905 kam es zum ersten öffentlichen Wettkampfspiel der von Elas angeleiteten Fußballer im Rahmen des Spicherer Berg-Touren- und Spielfests. Nach zweimal 20 Minuten gewannen die Fußballer des TV Malstadt gegen eine Auswahl von Oberschülern mit 1 zu 0. Der Auftakt für die Geschichte des späteren 1. FC Saarbrücken war getan. 1907 wurde Hugo Wetzmann zum Militärdienst eingezogen und gab sein Amt ab. Er diente fortan in der kaiserlichen Marine. Nach seiner Rückkehr in die saarländische Heimat übte Hugo Wetzmann zwar kein Amt mehr im F. Saarbrücken und dem späteren 1. FC Saarbrücken aus, blieb aber mit seiner Familie dem Vereinsleben, ob bei den Keglern oder den Sängern, und auch seinem Kind fußballtreu. Der erste Obmann, der Fußballer des TV Malstadt, starb am 9. Juni 1956 im Alter von 70 Jahren. Eine andere Zeit, die sehr geprägt hat beim Verein, war die Frankreich-Periode, die einige Jahrzehnte später stattfand. Über die werde ich gleich reden, aber vorher auch noch über das Thema Frankreich und der 1. FC Saarbrücken, denn das ist durchaus ein schwieriges. Ich komme aus einer Zeit, in der noch sehr umstritten war, wie viele Fangesänge im Block auf Französisch sein durften. Das war so die Endzeit, sage ich mal, des D-Blocks, des ursprünglichen Fan-Blocks im Ludwigspark-Stadion und so der Beginn der Virage Est. Denn damals war es häufiger so, dass aufgrund dieser noch sehr jungen Freundschaft mit den Fans des AS Nancy Lorraine häufiger mal Fangesänge auf Französisch kamen und ich würde sagen, da waren auch einige dabei, schon damals, die unumstritten von allen Fans gefeiert wurden, vor allem Osame, auf Deutsch an die Waffen, dieser Wechselgesang. Gleichzeitig war es immer so ein bisschen umstritten, wie viel saarländisches Brauchtum man zeigt. Also diese alte Saarflagge aus der Zeit, als das Saarland noch nicht Teil von Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war auch immer so eine Frage, ob man sich so wirklich wohl damit fühlt, zu sehr französisch zu sein, als Fan des 1. FC Saarbrücken. Und ich finde es spannend, wie sich das alles gewandelt hat. Denn heute ist das so ein Punkt, der die Fanszene auch einmalig in Deutschland macht. Weil klar gab es auch mal diese Sprüche von den Rucksackfranzosen, den Ostfranzosen. Heute nutzt es die Kurve für sich selbst und hebt sich damit, glaube ich, auch sehr davon ab, was andere Kurven in Deutschland präsentieren, die gefühlt ein, zwei Lieder haben. Und dann wird halt aus dem FC vielleicht mal ein anderer FC aus einer anderen Stadt. Aber wirklich unterschiedlich ist das dann nicht. Und da lobe ich mir doch irgendwie, dass der 1. FC Saarbrücken diese aufgezwungene französische Identität so ein bisschen für sich genutzt hat. Denn aufgezwungen ist das Stichwort. Es war nämlich nicht unbedingt gewollt vom 1. FC Saarbrücken, dass man damals in der 2. französischen Liga gespielt hat. Und warum das so ist, erzähle ich euch in der kommenden Geschichte. Im Buch nämlich der Grundnummer 15, weil wir als interessanteste Fußballmannschaft Europas die 2. französische Liga aufgemischt haben. Leicht hatte es der als 1. FC Saarbrücken neu gegründete FVS nach 1945 nicht. War die Rückkehr zum Spielbetrieb zunächst noch gemeinsamer Wunsch der französischen Militärregierung und der Fußballer, standen ab 1947 zwei Wünsche gegeneinander. Frankreich wollte das Saarland aufgrund des Steinkohlevorkommens, ein wichtiger Faktor für die Industrie, unbedingt von Deutschland isolieren. Als teilautonomen Staat unter französischer Hegemonie. Für den FCS war jedoch der Kontakt zu anderen deutschen Spitzenvereinen aus dem Südwesten überlebenswichtig, um das eigene hohe Niveau beizubehalten. Das untersagte die Militärregierung jedoch ab Mai 1948 sogar für Testspiele. Nun hätte der FCS eigentlich in der neuen Ehrenliga Saarland um die Meisterschaft spielen müssen, aber dafür war die von Ossi Müller trainierte Mannschaft schlicht zu stark. Als in der französischen Division 2 Angoulême auf seinen Startplatz verzichtete, sah der FCS seine Stunde gekommen und stellte einen Antrag auf Aufnahme in die französische Liga. Die Fédération Française de Football, FFF, akzeptierte unter der Bedingung, dass der Verein eine Profiabteilung einrichten müsse, sehr zur Missbilligung vieler saarländischen Fans. Und der FCS dürfe nur inoffiziell am Ligabetrieb teilnehmen. So erschienen in den Zeitungen zwei Tabellen, eine mit und eine ohne den FC Saarbrück. Zu Beginn der Saison 1948-49 schienen die Saarbrücois mit ihrem Frankreich-Ausflug auf die Nase zu fallen. Es setzte eine derbe 2 zu 5 Niederlage in Nantes. Doch kurz danach blickten die französischen Zweitligisten nur noch verschämt auf die Tabelle mit der saarländischen Gastmannschaft. Schnell zogen die Gäste den anderen davon, schickten Mannschaften wie Valenciennes 9 zu 0, Monaco 6 zu 0, Le Mans 8 zu 0 und Rouen 10 zu 1 mit Packungen nach Hause. Auch die von Frankreich-Experte Bill Grönke organisierten Bahnreisen nach Frankreich waren oft von Erfolg gekrönt. Ob in Lyon 4 zu 0, Toulon 6 zu 1 oder Troyes 7 zu 1. Besonders Herbert Binkert lag der französische Fußball. 41 Tore sicherten ihm den Titel als Torschützenkönig, den er sich mit Bordeaux-Stürmer Libar teilen musste. Mit 26 Siegen, 59 Punkten und einem Torverhältnis von 148 zu 50 wurde der FC Saarbrück inoffizieller Meister der Division 2. Vor dem FC Girondin de Bordeaux mit 54 Punkten. Die Bordelais verzichteten zum Saisonende hin auf ihre Reise ins Saarland. Mutmaßlich, um der Schmach zu entgehen, als offizieller Meister vom Inoffiziellen eine Lehrstunde in Sachen Fußball erteilt zu bekommen. Die bekam dafür Frankreichs neuer Meister. Saarbrücken spielte den Racing Club Paris in einem Test nach Saisonende mit 4 zu 1 an die Wand. Nun wollten die Saarländer natürlich mehr. Die Aufnahme in die FFF und damit den Anspruch auf einen Platz in der Division 1 der 1. Liga. Größter Fürsprecher für den FC Saarbrück war kein Unbekannter. Jules Rimet, FFF und gleichzeitig FIFA-Präsident. Er warb für die Saarländer und nannte den FCS Europas interessanteste Mannschaft. Doch für die Mehrzahl der französischen Vereine war die Vorstellung, plötzlich eine deutsche Mannschaft an der Spitze der Division 1 zu sehen, weder wünschenswert noch interessant. Der Antrag des FCS wurde abgelehnt und enttäuscht zog sich Rimet von der Spitze der FFF zurück. Das war jetzt ein kleiner Sprung von vier Jahrzehnten, aber ich finde es sehr wichtig, über diese Saison zu reden, um klarzumachen. Natürlich feiern wir heute die Fanfreundschaft mit Norsi und diese saarländische Identität, was einfach so im Fußball-Deutschland nirgendwo vertreten ist. Aber das war für die Fußballer damals nicht unbedingt eine angenehme Situation. Die hätten, glaube ich, die ganze Zeit einfach gern in der Oberliga Südwest, der damals ersten deutschen Liga, gespielt, weil die auch auf einem Niveau waren, wo die mithalten konnten mit Mannschaften wie der Fritz-Walter-Elf von Kaiserslautern. Als der FCS dann tatsächlich nach mehreren Versuchen endlich wieder nach Deutschland zurückkehren durfte, war man ja auch auf Anhieb Meister in der Oberliga Südwest und ist dann sogar ins Endspiel um die Fußballmeisterschaft Deutschlands eingezogen, hat dann gegen den VfB Stuttgart verloren. Auch das findet sich übrigens im Buch wieder. Das wollte ich jetzt nur kurz als Abhandlung machen, denn ich würde gern diesen kleinen Geburtstagspodcast für unseren Verein mit einer anderen Geschichte beschließen, die auch in diesem Fangesang zu finden ist, nämlich der Sieg in Mailand. Das war ein paar Jahre später nach dieser Frankreich-Episode. Das hatte aber auch noch mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs zu tun, denn der 1. FC Saarbrücken war ja immer noch kein deutscher Verein vom Sinne des Verbandsrechts her, sondern ein saarländischer Verein. Und deswegen lese ich euch jetzt mal, wie das eigentlich war mit dem Sieg in Mailand. Das ist Grund Nummer 20 in meinem Buch, weil wir beim ersten Europapokal der Landesmeister dabei waren. Die Zeit, in der das Saarland nicht zur Bundesrepublik Deutschland gehörte, hat dem FCS, wie bereits in einigen Gründen in diesem Buch behandelt, das Leben oft schwer gemacht. Der politisch gewollte Ausschluss vom Ligabetrieb im Deutschen Verband, die gleichzeitige Ablehnung eines möglichen französischen Erstligisten FC Saarbrück und die sportlich fragwürdige Ehrenliga Saarland. Doch aus Sicht heutiger Fans wird diese Zeit zur Fundgrube für kuriose Fußballfakten, wie sie von Sportreportern gerne bei Live-Übertragungen oder von Statistik-Nerds in Kneipengesprächen eingestreut werden. Die Saison 1955-56 sollte mit einer revolutionären Idee aufwarten, die zuvor jahrelang in Verbänden und Sportzeitschriften diskutiert wurde. Ein Pokalwettbewerb der europäischen Mannschaften. Zur Erstauflage sollten 16 Mannschaften, also im Idealfall die amtierenden Meister eines Landes, im K.O.-System gegeneinander hin- und Rückspiel austragen. Der Wettbewerb, der seit 1993 als Champions League Werktage zwischen den Fußballwochenenden füllt, war damals noch simpel. Reisen noch kleine Abenteuer. Als Landesmeister für Deutschland trat Rot-Weiß Essen mit Boss Helmut Rahn an und schied in der ersten Runde gegen den schottischen Vertreter aus. Doch auch der 1. FC Saarbrücken durfte am Pokal teilnehmen. Obwohl längst wieder in der Oberliga Südwest aktiv, waren die Blau-Schwarzen ja noch Saarländer, also noch eigenständig. Und da der saarländische Fußballbund sogar vor dem DFB-Mitglied der FIFA wurde, musste natürlich auch das Saarland mit von der Partie sein. Das Los für den FCS? Der AC Mailand. In Reihen der Italiener waren damals mit den Schweden Gunnar Nordahl und Nils Liedholm sowie dem Uruguayer Schiaffino Weltstars aktiv. Der Favoritenrolle konnten sich die Rot-Schwarzen aus Italien also kaum entziehen. Beim Hinspiel im Mailänder San Siro am 1. November 1955 staunten dann die Zuschauer aber zunächst nicht schlecht, als der krasse Außenseiter Saarbrücken nach 5 Minuten dank Pitt-Krieger führte. Doch der Favorit stellte gleich wieder das erwartete Kräfteverhältnis her. Frignani, Schiaffino und Del Monte trafen. 3 zu 1 für Mailand nach 37 Minuten. Der FCS war zudem durch eine Verletzung von Waldemar Filippi geschwächt. Auswechslungen gab es noch keine. Doch diese Schwäche wurde zum Trumpf. Filippi wechselte von der linken Läuferposition auf den rechten Flügel und ging mehr in die Offensive. In der 43. Minute erzielte er eines seiner seltenen Tore. Der FCS witterte Morgenluft. Der französische Torhüter Camille Fischbach zeigte eine starke Leistung und mit Toren von Karl Schirra und Herbert Martin drehten die Blau-Schwarzen das Spiel. 4 zu 3 für den Außenseiter im San Siro. Im Rückspiel auf dem Saarbrücker Kiesel-Homes am 23. November stand es bis zur 75. Minute 1 zu 1 und es roch nach Sensation. Leider unterlief Verteidiger Theo Puff, sonst einer der Besten seines Fachs, ein Eigentor. Walli und Beraldo machten dann das 1 zu 4 und das Ende Saarbrücker Träume perfekt. 1956 wurde der saarländische Fußballbund wieder Teil des DFB und der FCS qualifizierte sich entsprechend nie wieder für einen Landesmeisterpokal. Es bleibt der Sieg in Mailand als Sternstunde des Vereins und als kurioser Fakt für Statistikfreunde. Das war es schon mit der Geburtstagsfolge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich mag ja diese geschichtlichen Ausflüge hin und wieder sehr gerne, plane da auch noch einiges in der Zukunft zu. Und ja, lasst uns heute noch ein wenig den FCS feiern und lasst uns hoffentlich zusammen am Samstag einen Sieg unserer Blau-Schwarzen Löwen über die Münchner Löwen feiern und vielleicht noch ein wenig weiter vom Aufstieg träumen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Ideen habt, was mal im FCS-Blog behandelt werden sollte, schreibt es auch gerne. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen oder hören uns. Euer Carsten